Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma Eleven 3 Team Oga greift an Let's Brace. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie play games for you. Und wir machen hier Party, sprich leveln noch ein bisschen auf jeden Fall. Und ich habe mir überlegt, was wir machen werden ist, wir gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Spiele abwerben, jetzt wo mein kleiner Ami so von euch verrissen worden ist. So. Jupp. Jupp, will ich abwerben. Und zwar von... Team D? Nee. Unicorn, The Empire... Wie hießen nochmal die Italiener? Machen wir erstmal die Empire. Das müssten ja die Argentinier sein. Gucken wir doch mal hier. Mittelfeld, Torhüter, Verteidiger, Verteidiger. Weitersuchen würde ich sagen. Gleiche Suche. Nochmal suchen. Ein Martinez ist auch lustig. Wenn, dann will ich schon den richtigen haben, ne? Okay. So. Den Torhüter kriegt man doch auch, oder nicht? Da ist er doch. Perfekt. Okay. Jupp. Und wo kämen wir denn her? Ich habe gehört, Torhüter ist irgendwo auf der Wildkatzeninsel. Aber offenbar wird Torhüter nicht immer da sein. Weder mir die Info, dann Status, um mich anzurufen. Bla bla bla. Alles klar, ich habe verstanden. Jetzt nehmen wir aber die besten mit, die wir haben. Dann können wir den für ihn wieder mitnehmen. Äh. Stonewall. Jetzt nehmen wir hier Stonewall aber nicht mit, sondern Axel. Cannon lassen wir mal dabei. Sam Ford nehmen wir mal nicht mit, sondern Ravia. So. Und jetzt müssen wir zur Wildkatzeninsel. Wir holen jetzt einfach gute Spieler. Fertig. Ende der Geschichte. Und hoffen dann das Beste. Äh. Okay, wir gehen erstmal nach Osaka und gucken dort nach dem Tornado Dingens. Ne, das ist der G-Mart. Glaube ich zumindest. Oh shit. Was ist hier los? Oh. Dann mal Start. Schießen mal kein richtiges Tor. Finte. Oh, das ist ja gut. Dann machen wir auch keinen von den Schüssen, sondern wir schießen hier mit voller Kraft. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Leute, heute ist schon Montag. Bald ist Freitag und dann kommt InnaSumaElevenGo raus. Habst du das Gefühl, dass es gar nicht so viele auf dem Schirm haben hier? Dass das rauskommt? Finde ich ein bisschen schade. Ehrlich gesagt. Denn ich kann es kaum abwarten. Hier muss es die Technik geben. Irgendwie komm ich da rein. Hallo? Das ist ja versteckt. Hätte vielleicht mal die Kamera drehen müssen. Haufen. Feuer Tornado. Tornado rückwärts. Jupp. Passt, passt, passt. Spiele. Ne, Quatsch. Ist ja Inventar dann. Spezialtechnik. Mag. Hier, du nimmst mal Tornado rückwärts mit dazu. Jupp. Das passt. Jetzt können wir nämlich da auch diese Doppelsache benutzen. Und dann gehen wir zur Wildkatzeninsel, um nämlich Toros zu finden. Eieiei. Ihr könnt es doch eh nicht hier, die Nussecken. Start. Du machst einen direkten Schutz. Ah ja. Wie ich immer die Technik auswählen will, gibt es ja gar nicht. Machen wir mal einen Kopfball in voller Kraft. Zack. Und da ist er auch schon drinnen. Super. Ja, Spitze. Spitze, sagt er. Recht hat er. Bisschen EP ist, denke ich, nicht verkehrt. Ich bin hier wieder raus, Leute. Raus. Lauf, Junge. Karte. Aber wo auf der Wildkatzeninsel? Wildkatzeninsel. Hier. Gucken wir einfach mal hier. Vielleicht haben wir Glück oder er steht einfach hier rum. Auch wenn ich das bezweifeln werde. Ne, hier ist er schon mal nicht. Ja, hier mal ein bisschen auffrischen. Dann gehen wir mal hier entlang. Das sind unsere beiden üblichen Verdächtigen. Das hier. Ein Roboter. Willkommen in der Summa Japan. Ultimativen Fußballtour starten. Ne, aber cool, dass es hier eine gibt. Ich glaube, da oben ist Towers. Wir müssen da hin. Ich habe es so im Urin irgendwie. Oh, nächstes Spiel. Da kommen Leute. Die Uhas. So, direkter Schuss. Volley. Bam. Sollte gar kein Problem sein. So stark sind die ja nicht. Oh, magische Hand. Was geht hier ab? Na klar hältst du den mit so einer tollen Technik. Tackling. Affendreher. Was ist hier los? Hallo. Na, dann können wir wenigstens die Omega Hand noch mal trainieren. Muss auch mal sein. Und als nächstes gehen wir einfach mal Alex zu den Excel. Besser gesagt. Was erzähle ich danach? Und machen dann da natürlich locker flockig hier ein Tor. Nehme ich zumindest an. Oder wir geben es dem Cannon. Lassen wir mal schießen. Werden wir jetzt gleich sehen. Ah, scheiße. Fepas. Ablocken. Sehr gut. Ausweichen. So, dann schießen wir. Was haben wir hier? Super Blitz. V2. Das werden wir schon noch sehen in einem Spiel oder so. Also keine Angst, dass ich das jetzt weggedrückt habe. Ich will aber auch halt einfach viel trainieren jetzt hier in der Folge. Das hat ja gut geklappt. Weiter. Man müsste irgendwie so Schuhe anziehen können, die einem helfen, dass keine Gegner kommen. Das ist der Heini. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ultimatives Notizbuch 4 erhalten. Jawoll. Wenn es in Ordnung für dich ist, ziehe ich mich nun zurück. Bis zum nächsten Mal. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Was blöd ist, dass wenn du den Analogstick oder die Analogscheibe nutzt, dass du damit auch gleichzeitig die Gespräche abkürzt. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, tolle Wurst. Wo ist denn Torres, ey? Die ist er schon mal nicht. Ist der hier? Oder ist das... Ne, ist das eine alte? Vielleicht ist er ja im Stadion drin, ne? Müssen wir mal gucken. Kommen wir da rein? Da sind auf jeden Fall Leute. Aber nicht der Torres. Seid mir nicht böse. Ich gucke einfach mal nach. 11-3, genau. Gucken wir doch mal. How to get... Äh... Ich hab's nur... Ich hab's nicht vergessen... Bla bla bla... Bla bla bla... Bla bla bla... Bla bla bla... Mh... 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 Tue mal ganz kurz... Ton weg hier. Oh mein Gott... Was sind das für eine Aufnahmen? Ist ja erschrecklich. Alte... Ich gucke gerade so einen abgefilmten Krams an. Bisschen veralbert Junge, warte mal einen Moment, was ist das denn hier? Dauert jetzt einen ganz kurzen Moment halt, bei den beiden und dann hier oder da, ok. Alles klar, ich hab's wahrscheinlich weiß, wo wir hin müssen, wir sind komplett falsch, wer hätte das gedacht? So, dann gehen wir wieder raus, weil an und für sich kommen wir da sogar ganz gut hin, wo der ist. Ich hab geschummelt, ich weiß, na und? So ist es halt. Der muss hier irgendwo sein. Ich bin so froh, dass ich mich gegen das Abfilmen entschieden habe. Das ist nämlich total gammelig. Wir müssen gucken, ob irgendwo noch ein neuer Punkt aufploppt. Und so ist es, dass wir diese Auszeichnung haben. Und so ist es die Auszeichnung. Man, wer ... auch da ist er, glaub ich. Jawoll. Hey, ich habe euch erwartet in der Summa-Japan. Lasst uns spielen. Nein, nein, das kann ich jetzt nicht glauben. Wie kann das sein? Ihr rennt einfach weg wie eine Bande kleiner Feiglinge? Ja, weil wir wollen erstmal speichern, mein Junge. Jupp. So, toll. Na klar. Los geht er, der Peter. Was müssen wir machen? Bleibt in Ballbesitz. Ach, du Fack. Erstmal den guten alten Rückpass. Dann hier. Dann hier rüber. Dann hier hoch. Kriegst du den Ball. Du läufst mal hier rum. Los, Axel. Kugeltänzer bringt mir nicht viel. Durchsetzen. Wir probieren es einfach mal. Ach nein, das war ja klar. Akrobatenblock, die Schweine. Die Schweine. Oh, Mann. Ärgerlich. Mehr habt ihr nicht zu bieten. Das ist nicht das Team, das unsere Abwehrschwung spielt. Als ob es euch ernst ist in der Summa-Japan. Ja, natürlich, Herr Ravage, du, Axel. Ich wollte den schon beleidigen. Gibt's ja gar nicht. Dabei hat er einfach noch Fußball gespielt. Toris und Co. Das ist auf jeden Fall eine grandiose Mannschaft, wie mir scheint. Komm hier, Jungs, Leute. Wir sind die Weltmeister immerhin. Darf man nicht außen vor lassen. Ach, der hat mir einfach den Ball abgenommen. Die Schweine. Das gibt's doch gar nicht. Du Schweine. Bla, bla, bla. Du tüchst mir ernst. Ihr seid nur gemein. Gemein. So, hier. Wupp. Wie die nicht wirklich dem Ball hinterher gehen, ne? Das ist ja auch interessant. 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 Schussabblocken. Das wird niemals funktionieren. Daneben, wunderbar. Das ist ja auch interessant. Das ist ja auch interessant, mein Junge. Das ist ja auch interessant. 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 Und das ist ja auch interessant. Also für mich ist alles alles andere als deutsch. Dann gucken wir mal, dass wir hier wieder wegkommen. Jetzt holen wir uns noch den Bianchi. So, die Story-Mannschaft natürlich, deswegen können wir die rauswerfen. Als Verteidiger vor allen Dingen, Nathan haben wir drin, wir haben Wallside, wir haben Hawkins, Hawkins, es tut mir leid, aber wir nehmen den, der wirklich Weltklasse ist, an deiner Stelle. Genau, perfekt. Gucken wir mal, dass wir hier abwerben. Nein, ich sehe, das ist England, Argentinien, habe ich Italien noch nicht geschlagen? Ich glaube, ich habe Italien noch nicht geschlagen, gucken wir uns mal Unicorn an. Gute Nachrichten, ich habe ein paar Spieler gefunden. Mittelfeldspieler, Sarek, Strider, Pierce. Vielleicht sollten wir erst mal gucken, dass wir uns in einer kurzen Fußballtour beweisen, das machen wir gerade mal. Und zwar beim Opa von uns, probieren wir es mal, wo haben wir den, hier oben. Wo wird er sein? Wahrscheinlich hier beim Presspunkt. Wegdrücken. Ne, hier ist er nicht. Da ist er wahrscheinlich Stop vorne. Ah, hier ist er doch. Sieh eine Ahnung, wen haben wir denn da? Seid ihr hier, um meine ultimative Fußballtour auszuprobieren? Jupp, sind wir. Asiens Auswahl. Die Quark Emperors. Ach du Schande. Spielen wir mal gegen die Asiaten. Die klingen hier ungefährlicher. Gut, dann lasst uns anfangen. Ja, klar ist der Touch, wenn bereit. Also was für eine Frage, hallo? Asiens Auswahl. Das Gute ist, dass Torres jetzt auch gar nicht geskillt ist. Und wenn die überstark sind, dann kriegen wir nämlich auf die Fresse. Ja, das passt schon so. Das ist okay. Dann ist Kayden wenigstens in der Mitte. Okay. Nee, eigentlich machen wir mal, warte mal, wieviel hat der? Wir müssen Illusionsball machen. Wir brauchen, denke ich, auch noch mal bessere Mittelfeldspieler, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Finte probieren wir. Der wird zwar eh eine Technik anwenden. Ja, ich wusste es doch. Eislaufblock. Ah, es kostet ihnen auch Energie, das ist gut. Ich bin ja ein bisschen Team Ogre geschädigt. Was das angeht. Ablocken, wir probieren es einfach mal. So, das hat doch super geklappt. Finte. Wie die hier immer so Findenbälle haben und sowas. Ohne irgendwas. Die Schweine. Jawoll. Die Mauer. Machen wir mal der Berg. Einfach durchgesetzt. Sehr gut. Jawoll. Ausweichen. Oh, das hat gut geklappt. Komm, jetzt machen wir mal den Urknall. Einfach aus Lust seiner Freude. Oh, Toros ist gleich mit dabei. Lustig. Ich bin mal gespannt, wie viel EP er dann bekommen wird. Wir rennen in die Fäuste. Kann es aber nicht halten. Sehr schön. Das ist doch was Tolles. Tor. 1-0. Jupp jupp jupp. Treffer. Ihr könnt mir ja nochmal Tipps in die Kommentare schreiben, wen ich noch alles holen sollte. Um mein Spiel wirklich zu verbessern. Weil ich will unbedingt noch Team Ogre besiegen. Bevor ich das neue Inazuma anfange. Im Notfall muss ich ein bisschen parallel spielen. Aber Ziel ist es Team Ogre hier auseinander zu nehmen. Was haben wir hier noch? Sie haben sonst keine Fähigkeit. Super Stampfer, magische Wand probieren wir. Einfach um es halt zu leveln, wie gesagt. Sehr schön. So muss das. Axel hat den Ball und macht jetzt einen Weitschuss. Oh ne, war es Kugeltänzer? Ne, machen wir Ausweichen natürlich. Ah, Monolithblocker. Scheiße. Ist aber ne coole Technik an und für sich. Ah, keiner von uns. Abblocken. Känguru tritt du Arsch. Das klingt ja bestimmt faul. Das sieht nicht fair aus. Oh, doch nicht. Taurus ist relativ schnell, habe ich so das Gefühl. Das gefällt mir ganz gut. Einwurf oder was? Gut. Äh, weiter. Und du schiebst jetzt mal direkt. Feuerwelle. Der kriegt das auf jeden Fall auf die Reihe. Guter alter Axel. Den kannst du doch eh nicht halten, Junge. Probier's gar nicht erst. Bäm, drinnen. Jetzt müssen wir einen Torhüter wechseln oder wir können Weitschüsse probieren. Eins von beiden. Weiter so, Leute! Weg damit. Wupp, wupp, wupp. Ah, ich bin nichts leidig bestimmt. Ich denke nicht, mein Herr. Wurde gewechselt. Tatsache. Weiter. Axel ist aber auch so halt ein guter Spieler, ne? Das darf man nicht vergessen. Wollen wir hier mal ablocken. Sharp braucht unbedingt irgendeine Verteidigungstechnik. Die muss nicht unbedingt teuer sein, nach meiner Meinung. Er braucht irgendwas zum Verteidigen. Auf jeden Fall. Ende der ersten Halbzeit, okay. Blablabla. 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 Wie wir einfach Leute in unser Team aufnehmen, obwohl sie für andere Länder gespielt haben. Finde ich immer wieder krass. So. Axel hat nicht mehr viel. Nehmen wir Sam fort. Start. Weil ich mag Sam fort voll. Wegen der Augenklappe vor allen Dingen. Ich finde Augenklappen cool. Oh, Mondsalto. Hier die spinnen aber auch immer, ne? Können wir was machen? Drachenpressing oder sowas? Oh, was haben wir denn da? Zickzackflamme. Hört schon gut an. Probieren wir es mal aus. Klappt sogar. Sehr schön, Torres. Guter Spieler. Doch, faul. Doch nicht so gut, wie ich dachte. Weiter. Nochmal die Zickzackflamme. Und hoffen das Beste. Machen wir mal eine heiße Phase. Rückpass, Mann. Rückpass, Mann. Nein, du. Fickzack, ey. Gut. Illusionsball. Ach so, ach so. Oh Gott. Jetzt habe ich nicht nachgedacht. Weiter. So, Drachenpressing machen wir mal. Ich will nämlich den blöden Ball haben. Sehr gut. Wie sich Torres und Co. dann aber auch gleich immer wieder einfügen in die ganze Sache, ne? Ähm, was können wir machen? Feuerspur. Probieren wir mal. Setzt sich sogar durch. Sehr schön. Ja. Sehr, sehr gut. Und man kann jetzt zwei heiße Phasen parallel laufen lassen. Ist ja interessant. Magisches Haupt. Weil es einfach so cool ist. Gucken, ob der reingeht. Kraftfeld. Ich darf nicht vergessen, dass der noch nicht so ein starker Schuss Stürmer ist. Schade, schade. Macht aber nix. Yeah. Oh Mann. Macht nix. Sieg ist Sieg. Mehr können wir nicht erwarten in dem Moment dann. Äh, Team Schild. Sehr gut. Machen wir hier Tanzfalle. Oder haben wir noch was anderes? Ne, machen wir Tanzfalle. Ich meine, die fünf werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Aber wir können es immerhin probieren. noch so viele Tore zu ballern wie möglich. Und du hältst mal drauf, mein Junge. Windstärke 13. Schleizern. Die Kraftziepinger teilweise aber auch aussehen, ey. Richtig gut. Der geht vorbei, glaube ich. Oder er legt die noch richtig ab. Das ist jetzt die Frage. Okay, konnte nicht aufhalten. Vorbei. Schade. Aber Ecke. Wechseln wir gerade nochmal. Nee. Ich will den Hopps reinholen. Direkt, Junge. Bitte, bitte, keine Technik. Na klar, Phantom-Dribbling. Oh mein Gott. Der könnte auch Taxifahrer sein oder sowas. Aber bestimmt nicht in der Jugendmannschaft Fußball spielen. Ablocken. Wir brauchen im Mittelfeld Leute, die die Bälle auch wieder zurückholen können. So viel ist man sicher. Jetzt nicht nur rein durch Technik, sondern auch mal durch eine Spezialfähigkeit oder sowas. Team-Shit können wir nicht nochmal, machen wir ein normales Tackling. Wasser-Ring. Dann lassen wir den aber auch mal schießen, damit wir Omega-Hand nochmal benutzen können. Weil ich denke, ein Level-Up ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oha, Megalodon. Da hat Wolfzeit gar nichts mehr machen können. Außer dumm gucken. Ja, er hat's aber. Das ist doch schon mal gut. Spiel beendet. Letzter Schuss im Spiel gewesen. Ravier und Axel haben was geschossen. Niemand kann unseren eiskalten Seelenstand halten. Ne, nein! Wir können nicht verlieren, wir dürfen nicht verlieren. Und wie ihr verloren habt? Doris, 10 Level bekommen. Sehr schön. Sagt Bescheid, wenn ihr mal wieder an meiner ultimativen Fußball-Tour teilnehmen wollt. Wir gucken mal, wer da als nächstes dabei wäre. Die Brockenpegade. Keine Ahnung, wer das sein soll. Der hinten, ja. Spieler, gucken wir mal beim Doris, was er mittlerweile jetzt so kann dadurch. Oh, er hat gute Punkte dazugekommen auf jeden Fall. Dann speichern wir an der Stelle mal. Ich bedanke mich natürlich für's Zusehen und sage Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.